Am Fuße der Alpen in Südtirol liegt Sterzing, Italiens nördlichster Stadt. Hier genießen Touristen La Dolce Vita, das süße Leben. Im Stadtzentrum befindet sich das Traditionshotel Lamm. Küchenchef Anton Wieser kocht hier italienische Gerichte und regionale Speisen. Wie das Tiroler Tris, ein jahrhundertealtes Knödelgericht. Die Knödel früher waren die Hauptmahlzeit gewesen von den Bauern. Und heute ist Knödel eine Spezialität. Für Knödel braucht man Knödelbrot, also altes Weißbrot. Das kauft Stefanie Bacher, die Hausdame des Hotels Lamm, beim Bäcker. In der Bäckerei wird es mittlerweile schon kleingeschnitten. Das ist das alte weiße Brot und das ist die Grundlage für unseren traditionellen Knödel. Tiroler Tris besteht aus drei verschiedenen Teigspeisen. Eine davon sind Käsenlocken. Dafür braucht Anton Wieser neben reichlich Knödelbrot Milch, Käse, Eier, Schnittlauch und Frühlingszwiebeln. Zuerst dünstet er die Frühlingszwiebeln in Butter an. Dann geben wir Milch rein. Die Milch wird nur kurz angewärmt und dann zum Knödelbrot hinzugefügt. Das tut der lauwarmer Milch, tut das Knödelbrot besser durchziehen. Nun kommen die restlichen Zutaten in den Teig. Käse, Schnittlauch und Eier. Bei Bedarf würzen. Zum Schluss Mehl hinzufügen. Das ist wichtig für die Bindung des Teiges. Alles kräftig durchmischen. Der optimale Teig ist schwierig zu sorgen, weil es kommt drauf vorn, wie hart das Knödelbrot ist. Er muss halt einfach kleben. Er muss einfach kleben. So, das wäre das ideale Ding. Damit die Zutaten gut durchziehen, muss der Teig 30 Minuten ruhen. Jetzt machen wir Spinatknödel. Dazu brauchen wir flaschierten Spinat, Zwiebel, Knoblauch, Butter, Eier, Muskelnuss, Milch und Mehl wieder. Und natürlich jede Menge Knödelbrot. Die Zubereitung läuft genau wie bei den Käse-Nocken. Auch dieser Teig muss ruhen. Danach werden die Teigwaren geformt. Nocken sind immer länglich. Knödel, wie zum Beispiel jeder Spinatknödel, sind rund. An Spinat kann man auch Nocken formen. Der Unterschied ist immer nur die Form. Der Teig ist immer das Gleiche. Nun werden Nocken und Knödel in kochendem Salzwasser 15 Minuten lang gegart. Jetzt ist die dritte Teigspeise dran. Die Schlutzkrapfen, kurz Schlutzer. Schlutzer kann man im Vergleich mit Maultaschen oder mit der italienischen Raviali. Der Unterschied ist einfach, man nimmt einfach Rockenmehl. Weil das Rockenmehl ist das typische Mehl früher gewesen, was die Bauern gehabt haben. Man sticht von oben aus. Der Teig wird mit blanchiertem Spinat und Ricotta gefüllt. Dann kommen auch die Schlutzkrapfen ins kochende Wasser. Die Schlutzer selber brauchen ungefähr drei, vier, fünf Minuten. Zeit zum Anrichten. Spinatknödel, Käsenocken und Schlutzkrapfen. Das Tiroler Dreierlei wird verfeinert mit geriebenem Parmesan und gebräunter Butter. Die vielen Kalorien sollte man bei diesem Gericht einfach übersehen. Stattdessen lieber genießen. Man kann nicht Sommer wie Winter essen. Es ist der Käse, der ist mit dem würzigen Käse drinnen. Es ist der Spinatknödel mit dem Gemüse. Und der Schlutzer, die sind auf der zarteren Seite. Mit Butter, Parmesan, abgeschmackt. Es schmeckt alles rund. Seit mehr als 30 Jahren steht das Tiroler Tries im Hotel Lamm auf der Speisekarte. Das Gericht ist bei Einheimischen und bei Touristen gleichermaßen beliebt. Sie genießen damit ein Stück Südtiroler Lebensart.